Ok, also ich brauche hauptsächlich für so Wunderdinger Wille. Ja doch, dann tue ich jetzt mal Wille auf 20 hin und schauen wir mal. Wie viel habe ich denn noch von denen? 5, das reicht sicher nicht zum Leveln. Alright, Schlangenring kann ich wieder raustun. Ah ne, scheiße, ich bin hier runter geflogen. Ah, du musst wieder zurück oder? Ne, du musst einfach zum Bonfire in den Bossraum. Dann bin ich ja. Ja, und dann einfach dann... Warte mal, du musst auch dein Zeichen gar nicht mit Menschlichkeit machen. Ah ne, das meine ich ja nicht. Äh, wie heißt denn das da, wo es zu dir geht? Nein, was, was, was machst du jetzt schon wieder? Ich komm ja nicht raus jetzt aus diesem Gebiet. Ach scheiße, du kannst gar nicht raus, weil man da runter fällt. Ja, oder... Gemeinde da unten, oder? Probier's, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommst du irgendwo oben an, du musst dich ganz runter kämpfen. Oh Gott, das war scheiße. Ja, das willst du wahrscheinlich. Warte mal, du hast ja den Boss doch nicht besiegt. Ich könnte dir da oben. Echt jetzt, das ist euer Bezirk da unten, wollt ihr mich verarschen? Ist ganz oben, oder? Ich bin beim Schmied. Da wo die Schlangenviecher sind. Gut, das ist immer noch gut, das ist immer noch gut. Da kann ich dir immer noch... Da kannst du immer noch durch. Du hast doch nichts zum Leuchten, aber ich komm da hin. Bleib einfach in den Bossraum. Äh nein, ich bin nicht bei dem Schmied. Ich bin bei dem Schmied, äh... Wo es zum Finsterwurtsgarten geht. Ich bin gestorben. Musst du mich so ablenken mit der Scheiße. Was machst du wieder für ein Mist? Ich frag mich grad, warte, ich hab doch diesen... Kommt davon, wenn man mit dem zusammen spielen will. Und, wenn man mit dem. Ja... Ja... Ich bin gestorben. Ah, ja. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. das heißt es gibt kein bonfire in der nähe oder dass du hin teleportieren kannst nur das im bossraum die sache ist ich kann ja selber ja auch nicht hoch wie auch ganz ehrlich der schmied regt mich gerade langsam richtig auf ich hab dir mal was gegeben und da schmiedet mir das ding nicht was habe ich noch von dem also ich dachte du hilfst mir noch kurz beim boss und bist jetzt behindert beim schmied was soll das wie gesagt weil ich zu dem hingespont bin aber ich schau jetzt mal wo das nächste gebiet bei dir ist du gehst zum feuerwand schreien und musst den ganzen weg noch mal runterlaufen das muss ich jetzt auch tomb of giants tomb of the giants ja genau da treffen wir uns sehr schön gut der karakter hat gerade sieg heil gemacht aber danach würde ich dann tatsächlich langsam springen ja solltest du auch ich will nämlich auch was sollte ich jetzt so jetzt leg mal ein zeichen ist schon lange liegt ja ich sehe es aber lebt ich hab's gesündet und jetzt mein lieben tüger ich die bratwurst ich die bratwurst ich die bratwurst ich die bratwurst irgendwie hasse ich dich und damit kann ich zum groß also zu den ganz großen schmied in geist ja okay dann mache ich das danach noch ganz kurz was du vor hast aber macht keinen scheiß wenn die waffe erstmal weg ist ist weg ich will es ja auch 15 hoch bessern ja aber das machst du alles beim schmied im untoten bereich da bei der kirche ja ich verstehe schon rechts ist die wand links ist der abgrund rechts ist immer noch die wand links ist warte 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 ja ich sag nicht folgt ja schuld und trittung muss mich anweisen ja genau nur hinterher laufen nicht irgendwie anders laufen wir machen hier schnell durch lauf einmal hier runter einmal hier ganz leicht runter gehen das ist anstrengend ich dachte vor du hast das dicken nicht dabei ich glaube ich muss nachher tatsächlich vielleicht äh ne nicht nachher das andere mal noch bei der gelegenheit den prinzen da töten weil ich glaube das geht nicht anders welcher prinz ist wohl leer wieso nennst du den prinz prinz der sonne keine ahnung aber das war es dann eigentlich mit seiner story questline habe ich ja anscheinend gesehen ich muss mich gerade orientieren bleibt mal da wo du bist hier war ich schon dabei muss zum wandeln rechts ist die wand ich dachte links ist die wand konzentriere dich bitte ich habe keinen bock dass du wieder stirbst und ich mir vorwürfe macht dass ich dann alleine machen schüttel ich habe mich verirrt ich weiß was lustig ist ich bin so eine art liebwürmchen oh nee sind wir schon wieder hier oben ich glaube wir müssen doch da runter jetzt gerade einfach da vorne und dann ging es an die leiter runter glaube ich alle scheiße dass du mal hier runter springen da gibt es nicht rumlaufen sobald herumgesprungen bist bitte wir könnten dass hier steht schleichweg ja ich weiß was es schiss kommst du hier geht es runter jetzt sind wir selbst immer so weit rechts ist die wand links ist die treppe was für eine treppe schon wieder die treppe zu deinem herzen es gibt keine treppe zu deinem herzen unglückenfähig die scheiß wand hast du das gesündet nein und zum zweiten mal nicht aber da stand doch das ist vier und links ist die wand rechts ist die treppe ja schon wenn ich beim nächsten mal ein richtiger auffall gegeben links halten ich mag aber rechts hey dann zack anvisier doch den an anvisier doch den an los anvisier doch den an anvisier den an und die Feuerspaß sind auch wieder da ja die sind wieder da die kann man one hitten aber sie sind nervig ich finde sie nervig weil sie einen mit Feuer besprühen und das tut weh gut kein wanted für mich aber warte warte oh man das wäre jetzt witzig gewesen den da von oben ok dann gehört der weg so 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 jetzt bist du da hingekommen ja ja keine ahnung keine ahnung mich dann auch nur irgendwo weiß ist weiß ist schon die weiße scholle ich weiß nicht ob die notwendig ist für die waffe die normale scholle ist wichtig es kommt zum bus bevor du noch mehr einsteckst ok konzentration die und die das ja die da kommt schon drück start Oh, ich war fast tot gewesen. Jetzt kommt der wieder auf dieser. Ne, die Schuss, wie ich euch hab. So, ja, aus dem Ausschalten, dass die so weit einen nicht nerven. Was ist der jetzt gestunnt oder was mit dem los? Nein, er macht einfach langsam Angriffe. Alter. Angriffe sind ja tödlich. Vorsicht, Pyromantik, ich weiß nicht, was das bringt, aber er macht's. Okay. Das war jetzt nicht nett. Er brennt dir die Scheiße aus dem Leib. Ja. So viel zu Konzentration, hm? Es ist toll, dass er seine eigenen Leute killt. Ist schon geil. Weg da, weg da, weg da, weg da! Ich überlebe's. Alles gut. Ja schon, aber du sollst da weg! Oh oh. Höh! Ach, diese scheiß Nigga. Jetzt kommt eine noch. Sorry, dass es jetzt so eher weniger Unterstützung war. Äh, 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 äh. Sorry, gell. Alles gut, alles gut. Bist ja auch müde langsam. Ich. Ich hab' dich hier sehen. 86.400. Äh, boi. 86.000? Ja, ich krieg's insgesamt. Ich krieg 40.000 mehr. Schau hart. Ähm. Ähm. Du sagst jetzt bei... Gemeinde der Unterhut, dass man bei dem Spiel dem Kleinstinker da, dass man da seine Waffe upgraden kann. Genau, bei dem mit dem weißen Bart. Bitte nicht beim Riesen oder sonst wem. Nur bei dem, weil der kann reguläre Waffen aufbessern. Die anderen machen eher so Kristallscheiße oder sowas. Okay, ne, ich schau jetzt mal zu ihm, aber wie gesagt, der hat jetzt gar nichts großartig gesagt. Oder brauch ich da ein anderes Gewalt. Sobald du es auf 5 auflevelst, musst du zu dem weißwertigen Typen und deine Waffe modifizieren. Dadurch kann es auf Level 10 aufstufen. Dasselbe Spiel nochmal auf Level 10, da musst du es wieder modifizieren. Bei dem selben Typen. Wie modifizieren? Ja, ich weiß nicht, was das erste bedeutet auf Deutsch. Modify Weapon Modify. Keine Ahnung. Mensch. Mir zeigt es das halt hier nicht an, oder muss ich euch zu demjenigen, wo ich das vielleicht auslösen. Das ist das allererste. Was steht als allererstes auf der Liste, wenn du den Schmied mit dem redest? Ausrüstung und wandeln. Ja, das ist es. Da steht Verstärkung rückgängig machen. Wenn du ganz rechts gehst, ja. Ist das das einzige, was du kannst? Ja. Ne, das machst du nicht. Mit dem? Ach, wirklich. Vor allem, ich habe zu dem Arschloch irgendwie noch so... Ne, warte, du hast gesagt, man braucht einen großen Brocken oder so. Ja, genau. Ja, dann habe ich das wahrscheinlich nicht. Wieso, auf welchen ist denn deine Waffe? Plus 10. Ja, ne, du musst es modifizieren, das stimmt schon. Und was für ein Material brauche ich dafür genau? Titanite Chunk. Hast du das nochmal oder wie? Davon gibt es öfter was für. Ich habe einen Dämonen-Titanit, ich habe noch... Ich habe noch nichts mehr. Naja, das kannst du ja alles rausfinden. Ist ja jetzt nicht so schwierig. Immerhin haben wir es geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Yay, boi. Ich bin so am Arsch. Ah, sorry. Aber der Boss war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Bisschen nervig, ja, aber es war so. Na gut.